Dahinter haben wir auf jeden Fall auch eine ganze Menge Steinböcke. Junge, der hat sogar einen Fünfer. Den taken wir doch, Alter. Südöstlicher Steinbock. Aber du musst dich ein bisschen näher ran. 300 Meter schieße ich auf jeden Fall nicht. Aber ich habe hier eine ganz gute Landzunge. Da können wir auf jeden Fall dann hin. Einmal kurz den Puls abwarten, regenerieren. Und dann aufs Blatt einfach drauf. Ja, nee, Kopf einmal drehen, bitte. Ruhig und trinkend. Ja, der hat gepasst. Fünfer liegt im Knall. Und damit hoffentlich unser Diamond. Der macht ja 90, Alter. 90,18 hat er am Ende des Tages. Boah, auch knappe Kisten, ne? 89,68 wäre dir. Er macht 90,18.